Willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2 Der Anniversary Edition Ja, in der letzten Folge haben wir hier Boss besiegt und Leider ist die kleine Aira gestorben, obwohl die sich immer noch bewegt Wenn man kurz hinguckt, oder? Ja, ihr Kopf bewegt sich noch Ähm, ja, ich musste leider Den Text cutten, weil wir waren schon fast bei 30 Minuten Und Ist ein bisschen lang So, aber jetzt geht's weiter I am so sorry, little Aira I could do nothing for you She'll be okay, I know it A kind girl like little Aira Cannot end up like this As the raven is born of its own So does kindness, big and kindness There will be God even in this Well We should be going Don't lose hope in Aira We won't Take care and thank you for everything Miss Sandra Nicholas Well, Nicholas Well, Nicholas, you're awake Yes, but I'm really hungry Hey, where's Aira? Aira's still sleeping Sorry Aw, and I wanted to come over and play No fun Aw, how much Nicholas? Nicholas Yes, miss? Yes, miss? Be nice to little Aira Will you? Huh? Of course We are friends After all Cool Come, let's go Thank you For all your help Please take care It's for all It's for all It's for all It's for all Even through her soul has been the world She still has such a happy charming face Yeah, maybe she's finally gone to that garden she always talking about Yes, I am sure she dreams happy dreams Dreams of the villagers are living happily Oh Oh It was the music Well, well Look what the what slavish devotion To sanctimonious bloodshed dragged in Oh god, this is what sanctimonious yeah thank sanctimonious bloodshed dragged in what brings you here or did I answer myself I shall put that mother and daughter before the inquisition 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 genau why haven't the people who fell in recovered shouldn't you be diving back into your crypt and gnawing at bones by now rudo is right high priestess selene the girl cannot see nor can she hear she is harmless please just leave her alone hold your tongue sangstress who is tainted by walmer must be dealed with accordingly mensch in the name of granos all that is evil and corrupt must be purified please stop it with that word tell me is it wrong for a mother to wish to heal your sick daughter it is righteous to string up a grieving mother rudo you do seem to want to protect them some would find your words to be heretical you have no issue with this hi priestess selene surely you would not fine fine i'm a heretic i hate god i hate your ridiculous outfits i hate you call me whatever but leave these two alone hi priestess selene do not worry about us everything has been resolved let's not argue anymore please please let us get back to our lives we are we are suffering but that was no reason for our cruel treatment of sandra and ira please forgive us please forgive us priestess i remain reluctant yet let it not be said that granas is without mercy so be it oh elena you seem to be lacking in pity for a follower of granas or a songstress this i shall report to his hohenes sarah oh ja geht sie wieder petzen oder was i will siege mag die nicht musik hurra wo war jetzt das in äh das äh das das door hier war das door das door so wir können aber schon noch was verkaufen halt moment bevor wir verkaufen wir haben elena wieder die raus ist du nicht das ist wie die mobius ring und maryk kriegt endlich mal ein mana stopp das war das die menschen das ein komplex ist eigentlich nicht schlecht kann man anstatt zweimal dreimal die verkaufen ist man nicht wenn man not an man sind und verkaufen muss ich habe jetzt nicht können wir was kaufen hier oder da ist alles ist alles mies 10.005 Gold Ist das hier Gel oder Gold? Nichts Gold, ok nicht Gel Gel braucht ein Teil, wenn ich sie So wir wollen nur kurz mal schlafen Willkommen all of you, I feel like I've been dreaming, I never forget What Ira said in my dream If we stay here forever we won't suffer She was such a kind girl Oh I am sorry Will you be staying here tonight? Ach kann man trotzdem noch Please make yourself at home, I cook you I cook up something extra extra special for you all Irina sieht aus wie ein Mann Come on let's eat, I am starving Ich bin einfach verhungern Mensch, Ryudo, lass mal was What the? Mr. Marek, what is wrong? Could it be the demon man you seek? Where? No I sat down upon my tail and pinched and I apologize for startling you Taptus Hunger Yes, these chairs at the room enters the roof, the buildings of the village Do they bother you too Rowan? They are strangely shaped The buildings in this village all have such strange shapes I wonder what they are Shells, I guess, wherever I see Elena? Um, they lived in the ocean, right? That is what I remember reading If so, then why is this village in the forest now? Um, reden jetzt über das village Ich über das andere Oh, the chairs, we sit in our shape as well Ja, das kriege ich nur hin The buildings of the village, okay Bla 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 Nein, das war zu viel Scheiße, egal Ja, ja, wir sind fertig, gut Reicht Reicht mit Essen Und Schlafen Äh, und, und, äh, na, übernachten So, jetzt können wir nochmal speichern Machen wir auch nochmal Machen wir auch nochmal So, Moment, jetzt muss ich kurz mal was umbenennen new Ja, jetzt bin ich grad aus demienu raus, weil ich Ja, ja, nicht einfach ignorieren Das ist jetzt nur, weil ich, weil ich jetzt hier Die Bezeichnung des Parts aufgeschrieben habe Äh, nicht aufgeschrieben im pc gemacht habe So, wir haben jetzt einen Part 18 schon So, gut Ja, bla 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 Nein, 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 wir wollen schon mal. Tschüss. Tschüss. Danke für die Gastwortschaft. Oh, ist aber raus. Raus. Suntime Mountains. Oh, Suntime Mountains. Das klingt schon mal nicht schlecht. Das klingt wie Suntime Papal State. Ah, ist laut. Okay, wir haben gerade gespeichert. Wenn man angehört, dass ein Speicherbund kommt. Ach, Entschuldigung. Das ist Nassau ziehen. Squared Mushroom. Eh, hier ist Geld versteckt. Habt ihr das Beier nicht gesehen, Mensch. Carbons. Ach, Mensch. Wird so Kittersturungen, oder nicht? Ah, was sind wir für ein Typen? Hey, geht weg, Mann. 5-Wart-Kill. Äh, kam ich gerade von da? Nee. Hä? Ah. Der Typ ist wieder. Geht ja doch schnell. Äh, jetzt geht's doch nicht so schnell. Nein, doch nicht. Ah, verdammt. War, geht der Kapp schnell? War, geht er langsam? Was kommt denn auf so Location an? Ja, ich hab die Punkte noch. Ja, ich hab die Punkte noch. Ja, ich hab die Punkte noch. Oh, das war's nicht nur noch nicht. Was war's schon? Was war's schon? Ich hab die Punkte noch nicht mehr. Mhh. Defensiv? Kann man eigentlich das wieder nehmen? ich habe noch ein zweites ich verstehe ich erinnere aber das andere aber zieht es schon mehr hm, wir brauchen ein bisschen Speed also ein bisschen ein bisschen das Speed, das ist der Ash Agilität das hat doch ein Move schauen wir das mal so rum hm 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 ok das war es schon mit Skillen wow, Seat of Life I don't know, wir brauchen ein bisschen mehr es war 1.102 Alter, wie sich jemanden und mehr gibt es hier nicht und mehr gibt es hier nicht wääh, Büffe aber es gibt hier verschiedene Dinge hier zu erfüllen 2.302 3.402 3.40 4.403 4.405 so Quachen 15.405 die bis Das war knapp! Bitte, verlässt du deine Führung, Herr Ehring! Ich freue mich, dass wir in der Höhe sein werden! Tschüss! Ausgedrückt! Schön ausgedrückt! Oder ob es die Kiste ist? Kommen wir da hin? Nee, kommen wir nicht. Schade. Geht's zum Wasserfall? Oh Gott, die beiden Geschwege! Na ja, nurscheiden! Oh Gott, was sie denn lessons? Jede sage auch, Herr Ehring! Der konnte auch, Herr Ehring! Ja, Schade, schade, schade! Oh Gott, deine Olsen. das kommt hier vom ort anders so mal gehen die kämpfe schnell mal gehen die langsam das ist je nach ort da habe ich keine influx leider wo ist das ziel warte mal stop so weit wollte ich wollte erst mal den wasserfall noch mal gucken ich hätte nicht gedacht es hier schon weiter geht zurück kommando zurück hier geht es auch in den wasserfall noch ein und die car und jetzt mal hier oben bei uns sind schuhe gab es glaube ich ich sag mal überall geht es hin das ist schlimm viel zu viele wege okay hier ist die kiste lion lion field garb das ist was für marik das ist eine nöster wo das um merkwürdige kraft Ich möchte ja Ryudo aufpushen, weil eine Gehne ist noch was ganz besonderes. Aber das seht ihr dann später im späteren Spielverlauf. Warum man also Ryudo nicht stark machen muss, aber... Hahaha, tschüss. Mitnehmen. Scruff, are you? Tschüss. Waaah. Ähm. Was ist jetzt? Wird ich weiter? Waaah, Mensch. Geht's hier nicht nochmal lang? Wow, das war knapp. Hier geht's nicht nochmal lang. Hey, und dank der Bombe? Ich hab' ich nicht gesehen. Okay, geil. Waaah. Hör sie drum. Ich glaube, wir pfeifen mal ganz gezielt auf die Bombe. Wow. Mensch, berühmisch. Ich glaube, hier ist Rastplatz. Hm? Alright, we camp here tonight. Sag ich doch, ist Rastplatz. Woher wusste ich, dass es Rastplatz ist? Oh, man kennt doch unsere. Oh, hier ist immer ein Monster noch. Alright, we make a camp here. Mitten bei Monstern? The whole thing leaves a bad taste in my mouth. Just what happened in Miromu village? I wonder if our actions were correct. I cannot accept Selene's ways, but what else could be done? Could something else have been done? None can find fault with Sandra. Her actions were the host of a beautiful parent. No one could blame Aira for what she did. She was just doing what she thought was right. As a sister of Kranas, I wonder what I really should have done. I think we should be happy that the whole village was not burned down. The village was most fortunate to have escaped destruction. If I ran for Melenia, we'd still be back there, sorting through the mess. Hell, Selene might put a torch to everything. Don't you see? Melenia as Valma, right? Does she not steal souls and do evil deeds? I still do not understand. Is she really the wings of Valma? Melenia's but a child, yet unacquainted with the world. I give you that. She does seem sort of dangerous somehow, I guess. What do you think Melenia did? Did she not destroy Aira's soul? What was the right thing to do? Miss Melenia, still a child? You think so? I think of her as quite an adult. I think she is also an adult. I know not the nature of this Valma. Even so, Melenia's smell differs from that of the damnable fiend Malthus. What? I still don't know. I figured the incarnation of pure evil would be a little less jiggly or a giggly? Jiggly, I suppose. The more I hear of Melenia, the more my describe grows. Who or what is she? Just thinking of her presence inside me, makes me ill at ease. Just who or what is Miss Melenia, I wonder. We must ask ourselves, what is Melenia's purpose? Of course, what motivates her is she, but I speak of redless. I cannot believe that the darkness or Melenia or what have you would intercede on people's behalf. Entschuldigung, den Hustanfall, das ist bei Marek schwer. Come on, we've... You have enough for tonight. Ah, verdammt. Cool. So. Gibt es noch Beispielepunkte? Ja, gibt es Beispielepunkte. Sehr schön. Ey, Monster, ihr macht hier Krach, jo. Okay, Leute, dann können wir erstmal glücklicherweise einen Cut machen. Sonst ist meine Stimme... Später noch weg. Schon wieder Cave Heart X. Hm, komisches Zeichen. Okay, Leute, dann... Sag ich erstmal... Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.